Moin zusammen, Fennek hier. Ihr hattet mich gefragt, wo man die Anrufung Blitzschlag der uralten Drachen und Blitzender Speer der uralten Drachen herbekommt. Und das zeige ich euch natürlich gerne. Die beiden Anrufungen erhaltet ihr über das Gebetsbuch der uralten Drachen. Dieses findet ihr in Farum Asula am Gebäude zwischen den beiden Gnaden, verfallen des Bestiengraf Tiefen und dem Sturmbalkon. Also das Gebäude ist hier genau dazwischen. Hier auf der Karte seht ihr das auch. So, und wenn wir hier zum Beispiel vom verfallenen Bestiengraf Tiefen ausgehen, ihr werdet, wenn ihr zum ersten Mal in Farum Asula ankommt, startet ihr, glaube ich, hier. Also irgendwo da würdet ihr, glaube ich, spawnen. Ich weiß das jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich glaube da. Ebenfalls, wenn ihr hier am verfallenen Bestiengraf Tiefen angekommen seid, müsst ihr hier einfach weiterlaufen. Hier warten dann zwei Gegner auf euch. Da könnt ihr aber auch dran vorbeilaufen. Dann müsst ihr hier runter. Und dann hier rechts längs. Und hier vorne, da befindet sich ein Typ. Also der ist schon hinüber. Der ist bei euch auch hinüber. Der liegt da einfach. Und der hält das Gebetsbuch in der Hand. Das könnt ihr dann einsammeln. Und wenn ihr das getan habt, müsst ihr nach Lyonia zur Kirche der Gelübde. Befindet sich hier vorne. Können wir uns eben hinporten. Und das Gebetsbuch müsst ihr dann bei der großen Schildkröte abgeben. Und die verkauft euch dann die beiden Anrufungen. Und für den Blitzschlag benötigt ihr 26 Glaube und für den Speer 32 Glaube. Der Blitzschlag ist besser. Das kann ich euch schon mal sagen. Der Speer, den fand ich jetzt nicht ganz so gut. Da macht der Blitzschlag schon viel mehr Schaden und hat auch eine größere Range. Ebenfalls hier bei der großen Schildkröte angekommen. Könnt ihr dir ansprechen. Und dann einfach das Buch abgeben. Und dann unter Anrufungen studieren. Könnt ihr die beiden kaufen. Der Speer kostet 8500 Runen. Und der Blitzschlag 10.000 Runen. Und wie bei den Anrufungen üblich, könnt ihr das denn mit einem Siegel ausüben. Guti, das war es auch mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und an dieser Stelle geht noch ein großer Dank an meine Kanalmitglieder raus. The Flash, Lukas, Nihar, Lord Commander, Petlord, Michael und Ladylike. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Und wenn auch ihr tolle Emojis und Badges für die Livestreams und Kommentare haben möchtet, könnt ihr mich über die Kanalmitgliedschaft für einen kleinen Kaffee im Monat unterstützen. Guti, dann habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.